Ja, da muss man echt ein bisschen auf seine Ressourcen noch aufpassen. Das krieg ich schon hin, das... ...krieg ich schon ein bisschen raus. Aber wie ihr jetzt vielleicht auch schon bemerkt habt, und was auch ich leider mit feststellen musste... ...es ist gar nicht so umfangreich, wie man denkt. Also die Spielmechanik... ...es ist doch immer ähnlich. Wir haben jetzt hier zwar einige Quests zu machen. Aber ihr seht schon, es ist auch nicht so einfach, das alles immer zu finden. Hier ist doch gerade auch keiner rumgelaufen. Ich bin doch nicht doof. Also, ihr merkt schon, das wird hier jetzt kein 20-Part-Projekt. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Hihi. Genau, wir gönnen uns jetzt erstmal ein bisschen Geld, ein bisschen Equipment. Na, und dann... Ich glaube, da hinten ist ein neuer Gegner. Oh, das ist das Totem, wo ich vorhin war, wo ich verreckt bin. Das kann auch gut sein. Wir skillen uns jetzt erstmal ein bisschen. Wir gehen hier auf Jagd. Finden hoffentlich ein paar Truhen. Wenn du stehen bleibst, bist du tot. Also, ich bin natürlich so doof und schieß vorbei. Das ist scheiße, dass sie sich gegenseitig animieren, ey. Ah, der ist abgeprallt, habt ihr es gehört? Oh Gott, wieso ist denn der jetzt gerade so laggy? Verdammt! Okay, mich nicht, bevor ich dich weg hab. Das war jetzt sehr glücklich, weil es hat echt ein bisschen gesponnen. Dann tut's immer noch, by the way. Ja, okay. Boah, dass die Framerate gerade so abgekackt ist, ne? Ach, das kann man halt... Naja, solange es jetzt wieder funktioniert. Also, das sind so Momente, das ist einfach richtig scheiße. Da ist man nämlich nicht mal selber dran schuld, wenn man verreckt oder so. Mann. Kann man ja nix dafür. Wenn das Spiel hier am Wacken ist. Und das mit dem Lauschen funktioniert übrigens nur im Dings. In der Anderswelt. Hab ich gerade nämlich auch nochmal ausprobiert. Wäre doch auch geil, wenn die uns hier zu Schatztruhen führen würden oder so, ne? Zum Beispiel solche Schatztruhen, die würde ich sonst sehr leicht übersehen. 20 Taler. Ich glaub so langsam... Ah, da kann man sich heilen. Jawohl. Ich hab ja schon wieder Lebenskraft, nur 57. Also, der Tod in diesem Spiel ist echt beschissen. Genau, mit einmal drücken fülle ich das auf und mit zweimal drücken... Ah, ich hab nur vier Pfeile, ey. Ich kann eigentlich nicht in das Vor da vorne. Das ist nämlich, glaub ich, ein Vor. Ich glaub mit der Pistole, das ist auch zu laut. Ich glaub, dann kriegen die das schon mit, wenn ich komme, oder? Die Pistole soll etwas lang im Nachladen brauchen. Ach, du Kacke. Okay, das ist Bein in die Hand nehmen, Leute. Problem ist, ich glaub, die sind relativ schnell. Einfach mal in Richtung Vorrat, Heinrich. Vielleicht hilft uns die Malt in Rot oder so. Ich will nicht schon wieder sterben. Und ich brauch Pfeile. Ich hätt' gedacht, unser Vorrat wäre unbegrenzt. Fuck, die sind immer noch hinter mir. Kacke. Hier ist da nicht irgendwas mit Vorrat unbegrenzt? Jetzt hab' ich nur drei dabei. Ja, okay, er hat gesagt, ich muss gelegentlich zum Auffüllen kommen. Das ist schon was anderes. Als immer unendlich dabei. Ah, die Framerate. Was ist denn hier los? Ah. Nein, nicht noch mehr. Sind die jetzt alle hergekommen? Ich übernehme ich welche. Was mir eine bisher reinfolgt, hätt' ich echt nicht gedacht. Okay, wieder Lebenskraft 100. Eieiei, verreckt man aber schnell. Na na. Lässt mich mal in Ruhe, du. Oh, das ist jetzt ein Bug? Da kann sich halt auch nicht sicher sein. Ist er jetzt ein Gegner oder nicht? Ich weiß, ich stelle mich doof an. Das kann ich dir das nicht kaufen. Ach so, weil ich... Ach so, weil ich... Ich brauch' ja Langbogenpfeile, verdammt. Ja, und jetzt hab' ich wieder 10. Ach Gott. Also man muss echt seine Schüsse hier gut platzieren. Ich mein', ihr seht ja. Da geht's sehr viel Geld flöten, ey. Scheiße. Lebenskraft um 5% gesteigert. 4% schwerer zu hören und zu sehen. Selbst... Aber selbst dafür fehlt mir noch ein bisschen was. Ich werde hier ganz vorsichtig... Ach. Fuck! Alter! Battle of my life! Was macht ihr denn, Leute? Ich wollte euch doch gar nix tun. Ich bin doch eigentlich ganz lieber. Bist ihr doch. Kämpft mich doch. Das ist so, direkt neben dem Heilungsfass ist das gar nicht so doof. Ich hab' kein Kind ne Chance haben. Fuck, der muss erst mal nachladen, der Vollidiot, ey. Ich glaub, du hast nachgeladen. Was soll denn das? Ich hab' übrigens die meisten echt da umgekriegt. Ist doch geil. So, erst nachladen und dann geh' ich rüber. Hab' ich aber auch einiges zu verkaufen, glaub' ich jetzt. Häh. Ja, fort Heinrich wird belagert. Die einzige Front gegen die Gegner bin ich. Die einzige. Danach kann ich Fettmunition kaufen, weil ich hab' gar nichts mehr. Ah! Okay. Glücklich. Aber überlebt. Oh. Mhm. Geschosse hab' ich schon mal wieder voll. Oh, ich hab' alles voll. Geil. Na ja, klar. Alles aufgesammelt, ne? Die haben ja mit allem auf mich geschossen, was nicht... Ja, sie haben mit allem auf mich geschossen. Sagen wir's einfach so. Gepäck. Rissige, mangelhafte Pistole. Ich brauch' keine zwei mangelhaften Pistolen. Wie kann ich das jetzt noch mal verkaufen? Ich glaub', ich konnte es auch mal verkaufen. Ah! Gegenstände hier hinziehen, um das zu verkaufen. Ich bin doch doof. Rissiger, langen Bogen. Hab' ich schon. Mangelhafte Pistole. Ich find' die Pistole übrigens gar nicht so schlecht. Die macht mehr Schaden als der Bogen, ne? Also, find' ich eigentlich ganz nützlich. Weil ich gelesen hab', dass die eben gar so schlecht sein soll. Aber, ich kann kein weiteres Geschoss dieser Art eigentlich aufnehmen. Was ist das bloß ne... Das ist anscheinend bloß ne Kugel. Okay. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Da drüben ist aber noch einer. Ja, ich vollidiot. Fuck! Das war ja ein großer Mann. Scheiße. Bescheuert. Oh, kommt. Scheiße, ey. Bist du bestimmt jetzt noch hier drin, oder? Scheiß, Wichser. Ach, nee. Es hieß, alle Gegner kehren zurück. Sollen sie an seinem Platz zurückkehren? Hieß es nicht. Stehst du da nicht so ganz entspannt? Tz, was soll denn das? Hallo, unser Fort wurde gerade angegriffen. Hm. Naja. Dann quatsch mal halt ein bisschen mit dir. Also, ich erinnere mich, dass wir nach unserer Ankunft für einige Zeit hier lebten. Es gab viele Schammütze mit den Eingeborenen in diesen Tagen, bis wir endlich Frieden mit ihnen schlossen. Glaubt ihr, dass diese Aschgestalten die ehemaligen Bewohner sind? Welche Aschgestalten? Habt ihr nicht die Gestalten aus Asche erblickt, die wie Menschen aussehen? Ist das gestört, wenn wir Angst haben zu hören? Das klingt zumindest fürchterlich beunruhigend. Doch, ich habe nichts dergleichen gesehen. Das ist fürchterlich beunruhigend. Tja, da will man einmal sicher gehen, dass die Waffe geladen ist und gibt einen Schuss ab. Unglücklich. Auch wieder unglücklich. Ja, da wurden wir auch schon gekillt. Richtig. Was gibt's hier? Neues? Okay. Ich glaube nicht. Warte, 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 warte. Eins habe ich, glaube ich, gesehen, was neu war. Weil die Hinweise sind ja schon wichtig. Wenn ihr in die ganze Kerne ebenfalls zurück, wenn ihr an das Gebiet reist. Ja, genau. Also die Feinde kehren immer wieder zurück, wenn ihr verrecken. Yay. Sehr vorteilhaft, weil ich werde, glaube ich, noch einige Male verrecken hier. Aha. Aha. Wenn wir uns folgendermaßen... Ich schleiche ab jetzt nur noch. Sobald ich außerhalb unseres Forst bin, wechsle ich sofort den Schleichmodus. Weil sonst habe ich ja überhaupt keine Chance, ne? Wisst ihr. Und wir untersuchen jetzt erst mal auch nur die nähere Umgebung des Forsts. Ja. Das habe ich jetzt beschlossen. Weil da ist es sicherer. Kann ich im 2-4-2 wegrennen. Ey, das ist schon heftig, oder? Da lässt du dich erkennen. Also da fliegst du auf. Und dann rennen dir erstmal 1000 Gegner hinterher. Also ganz ehrlich, das war ja wohl das allerletzte, hm? Was soll denn das? So wie... Hallo, ich bin nicht mal eine Stunde im Spiel drin. Und ihr hetzt mir so viele Gegner auf dem Hals. Habt ihr sie nicht alle. Naja, aber auch da es nicht wirklich Tutorials hier gibt. Also Selbstständigkeit kommt in diesem Spiel hier eine sehr große Rolle zu. So ein bisschen an der Hand genommen zu werden mit Tutorials. Und so ein bisschen eine Storyline zu haben, wo man gelegentlich abgesichert ist. Finde ich doch ein bisschen sicherer. Ey, das hat mich auch immer bei Minecraft so gestört, ne? Minecraft, okay, das ist jetzt vielleicht nicht heftig oder so. Aber ich hab da manchmal in den... Ihr wisst ja, wenn ihr es verfolgt habt, ist schon ein bisschen länger her, das Let's Play, aber... Ihr wisst ja, wenn ihr es verfolgt habt, ich hatte da teilweise Heidenschiss in den Höhlen. Weil immer wenn solche Deaths permanent sind, oder man große Nachteile davon trägt, ne? Wenn es keine Checkpoints oder so gibt, dann könnte ich Ski ausflippen. Dann bin ich bei einem Spiel etwas paranoid und hyperaktiv. Genau dasselbe Szenario haben wir jetzt ja auch hier. Nicht wirklich Sicherheit. Zeug kann verloren gehen. Man kann tausendfach sterben. Wie oft bin ich jetzt gestorben? Vier? Drei? Vier? Fünfmal? Ich weiß nicht, aber... Das nächste Mal kommt bestimmt... Auch... Will mich jetzt natürlich anstrengen, dass es anders abläuft. Das ist interessant, muss ich sagen. Eine Spinne, die aus einer Kiste bricht. Stell dir mal vor, wenn jetzt noch gleichzeitig zwei Soldaten da sind... Und dann kommt noch die Spinne. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Das ist überhaupt nicht witzig. Puh. Naja. Aber wisst ihr was, Leute? Ich beende jetzt mal diesen Doppelpart hier. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, das gab keinen Schnitt. Ja, ich habe nämlich bei unserem Monsterangriff einfach vergessen zu speichern. Beziehungsweise den Part zu beenden. Deswegen mache ich es jetzt. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann geht es wieder normal in Folgen weiter. Jetzt habe ich ja zwei hintereinander aufgenommen gehabt, aus Versehen. Auf jeden Fall, bis dann. Servus. Viel Spaß noch. Ich genieße hier die Brise und hoffe, dass ich nicht so oft verrecken werde in Zukunft. Hehe. Servus. Ich bin jetzt mal. Vielen Dank.